Willkommen zurück in der virtuellen Realität, mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de.vr. Jetzt ist es endlich auch bei mir soweit, als einer der letzten, der dieses Ding hier bekommt, die Pico 4. Ich werde euch ein Review zeigen. Warum hat das so lange gedauert? Das ist ausnahmsweise mal nicht meine Schuld. Die haben mich einfach vergessen, ja. Die haben mich einfach vergessen, die haben mir das versprochen, aber aus irgendeinem Grund kam es dann zu spät an. Das ist der einzige Grund, ja. Wie auch immer, dafür gibt es jetzt das knallharte Review, das ihr von mir erwartet. Ich werde euch alle Vor- und Nachteile dieser VR-Brille nennen, die Pico 4. Viel Spaß. Natürlich auch wie immer Danke an meine Sponsoren, Voodgo's VR, Oppermann Events, Virtual Escape, Slimbeats und Endline Audio mit ihren VR-Headset-Mikrofonen. Alle Links und Couponcodes auch von dieser Brille in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Review und los geht's. So Leute, jetzt gibt es erstmal ein kurzes Unboxing. Wer da keinen Bock drauf hat, unter dem Video findet ihr Zeitmarken. Da könnt ihr in die einzelnen Kategorien springen. So, ich mache das so schnell wie möglich. Ich bin ja nämlich auch sehr gespannt, wie das aussieht, nämlich. Zack, zack. So, das schmeiße ich mal einfach auf den Boden. So, so sieht das aus. Also wir haben hier eine wunderschöne Verpackung. Die sieht wirklich gut aus. Hier vorne reflektiert das so ein bisschen. Und hier hinten sehen wir dann schon einige Spiele, die da gezeigt werden. Aber, ja, das ist die Pico 4 EU 8G plus 256 GB. Okay, dann schauen wir mal. Stell ich das mal hier irgendwie hin? Ne, ich stelle... Reflektiert alles immer. Wegen dem Greenscreen sieht das manchmal alles ein bisschen albern aus. Aber das ist halt nun mal so, ne? So. Uh. Hä, hier ist noch was drin. Oh, 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 da ist das Ding schon. Da ist das geile Ding schon. Aber das gucken wir uns natürlich als letztes an. Hier ist irgendwie irgendwas drin. Was ist hier drin? Man weiß es nicht. Also ich weiß es noch nicht. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Das hier sind wahrscheinlich, ja, Garantiebestimmungen. Quick Guide, User Guide, Safety and Warranty Guide. Boah, das... Äh... Wer es braucht. Also ich denke mal, da könnte man sich auch ein bisschen Ressourcen sparen und so ein Quatsch halt immer weglassen. Naja. Das kann man ja auch online gucken, ja. Hier sind Naseneinsätze. Boah. Flabberige Naseneinsätze. Und hier unten drunter ist noch ein... Ja, wie kriegt man das hier raus? So kriegt man das raus. Hier ist noch ein Einsatz für Brillenträger. Super. Ja, das ist immer auch wichtig. Ja, da kann man nämlich den Abstand von den Linsen zu den Augen ein bisschen vergrößern. Ja, und dann ist das nämlich für Brillenträger angenehmer. So, und dann haben wir noch ein USB-C Ladekabel, einen Stromstecker. Und was ist das hier noch? Das ist wahrscheinlich ein Tuch, würde ich... Oder? Nee. Ach, das sind die Straps für die Controller. Okay. Gut. Wunderbar. Das wäre diese Kuh. Dann machen wir das nochmal zu. Tun das wieder hier oben rein. Weil ich muss den ganzen Quatsch auch nochmal auf Englisch machen. Ihr wisst ja, wie es ist. Ne, wenn man sich doppelte Arbeiten macht, dann macht man sich doppelte Arbeit. So. Jetzt kommt es jetzt hier aber. Jetzt ist hier noch irgendwas anderes drin. Nee, ich hole erst mal die Controller. Ich hole erst mal die Controller. Ja, geil. Boah, sind die schwer? Alter, diese... Warum sind die denn so schwer? Krass. Also, fühlt sich jetzt auf den ersten Blick ziemlich schwer an. Naja. Sieht aber stylisch aus. Sie sind so geschwungen. Cool. Wir haben hier A, B, Thumbstick, Zweiknöpfe, Grip-Tasten, Trigger-Tasten. Hier auf der anderen Seite ebenfalls. Fühlt sich ganz gut an. Ja. Fühlt sich ganz gut an. Ich werde natürlich auch einen Tracking-Test machen. Ach, guck mal. So geht das hier. Sind die Batterien drin? Oh, da muss ich gucken. Da muss man nämlich die Dinger hier rausziehen. Sonst werden die nämlich nicht aktiviert. Nicht, dass ich mich wundere, dass die dann nicht funktionieren. So, und jetzt hier ist die Brille. Oh, ist die leicht. Das ist genau das gegenteilige Gefühl, was ich bei den Controller hatte. Da dachte ich, boah, scheiße, sind die schwer? Und hier denke ich, boah, scheiße, sind die leicht. Ist das leicht? Wunderbar. Und wir haben hier, das kann ich eigentlich schon mal direkt abmachen hier. Das geht mir ja so tierisch auf den Keks. Hier haben wir das Dreh. Kannst du am Rad drehen, ne? Das kennt man ja. Wunderbar. Gummistrap. Hier hinten Leder. Ja, wow, das sieht ja, aber das sehe ich ja jetzt schon, dass das bequem ist. Cool, dann haben wir hier eine. Komm, hier, mach das mal ab. Was soll denn der Quatsch? Das braucht ja nun wirklich keiner jetzt. So, boah, schick. Oh, da sehe ich aber auch schon. Uiuiui, das gibt schöne Fingerabdrücke. Soll ich schon mal direkt einen drauf machen? Zack, da ist schon einer. Naja, wir haben eins, zwei, drei, vier Kameras. Hier ist ein Lüftungsschlitz. Hier sind zwei Mikrofone. USB-C. Anschalter. Und wir haben keinen Klinkenstecker. Uiuiui. Dann haben wir hier die Soundschlitze. Ja. Ah, und hier oben Plus Minus sehe ich hier gerade schon für die Lautstecker. Wir haben keinen Klinkensteckeranschluss. Oh, das könnte für, das könnte aber dann für einige ein bisschen. So, dann schauen wir uns mal kurz die Linsen an. Die sehen groß aus. Die sehen groß aus. Das gefällt mir. Schauen wir mal. Cool. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ja, so sieht es aus. Es war ein kurzes Review und jetzt, äh, kurzes Unboxing. Und jetzt springen wir dann mal in die einzelnen Review-Kategorien. Reden wir über Design, Komfort und Gewicht. Ja, vom Design habe ich ja im Unboxing schon gesagt, das ist super klein. Das ist sehr, sehr schick auch. Also gefällt mir so wirklich gut. Das ist natürlich aber eigentlich nur Nebensache. Was mir nicht gefällt, ist diese reflektierende Oberfläche. Das sieht zwar so ganz gut aus, aber nur bis zu einem Zeitpunkt, wo man sie dann zum ersten Mal in der Hand hat. Da sind nämlich jetzt, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie sehen kann. Ja, doch hier, ne? Guck mal, wie viele Fingerpatschen da draußen. Das ist natürlich Blödsinn. Also schade, warum man sowas macht, ja? Ich meine, so sieht es ja ganz schick aus im Regal dann wahrscheinlich, wenn ich es mal poliert habe. Aber so, naja. Dann, ähm, Komfort. Also das ist wirklich toll. Wie gut das ausbalanciert ist. Also ihr setzt das halt so auf, dreht das fest. Und dann macht ihr hier diesen Strap, der übrigens andersrum geht als bei den meisten. Normalerweise zieht man den hier oben, aber bei dem zieht man das hier hinten. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber nicht schlimm. Und ich habe jetzt hier diesen Gumminoppen unten drunter, sodass kein Licht mehr reinkommt von unten. Also der ist ja dabei in der Packung. Und das Ding ist mega bequem und leicht. Also unglaublich, also ich kann da Stunden mit verbringen, ohne dass das irgendwie unbequem wird oder so. Also ihr müsst das natürlich schön hier hinten runterziehen und dann hier oben festmachen und so. Also absolut gar kein Thema. Das ist auch nicht unkomfortabel, wenn ich den geringsten IPD einstelle hier unten, sodass die Linsen zusammengehen. Also alles sehr, sehr super. Also da kannst du überhaupt nicht meckern. Ganz, ganz klasse. Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht noch ein paar irgendwie irgendwann Mods dazukaufen kann, wenn jemand Leder haben will anstatt Stoff. Weiß man nicht. Vom Gewicht her, Glanzleistung. Also die Pico 4, die wiegt inklusive diesem Strap 587 Gramm. Und wenn wir das mit der Quest 2 vergleichen, die Quest 2 inklusive dem Elite Strap, das muss man ja dann doch schon fairerweise mit vergleichen. Die wiegt 773 Gramm. Das sind mal 200 Gramm fast mehr als die Pico 4. Und da könnt ihr euch schon denken, dass die wesentlich komfortabler ist als die Quest 2. Muss man ganz ehrlich sagen auch. So und jetzt schauen wir uns mal an, wie man den Spielbereich hier quasi einrichtet. Also wir können jetzt hier Standard, dass wir einfach nur so einen kleinen Kreis haben. Oder wir können Benutzer definiert und das ist natürlich wesentlich besser. Und das funktioniert so gut. Guck mal, wie gut er den Boden hier erkennt. Also ich hoffe, man sieht das jetzt im Video. Hier sind hier so Punkte quasi oder so Kreuze. Und dann geht man jetzt hier auf Weiter. Und dann malt man einfach den Bereich, wo man hier zocken will, malt man einfach hier hin. So und schon ist das fertig. Und dann geht man auf Weiter und Starten. Und ja, dann hat man das. Wahnsinn. Also das funktioniert wirklich gut. So Leute und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie sieht denn die Heimumgebung aus hier. Ja, das sieht alles ganz schick aus. Das läuft auch sehr, sehr flüssig und alles. Und wir können jetzt hier auf diesen lila Button drücken. Und dann kommen wir in das Menü rein. Wir sind jetzt hier direkt schon in den Einstellungen drin. Das kann ich euch mal zeigen. Hier oben WLAN, da kann man halt das WLAN aussehen. Bei Controller kann man hier aktualisieren. Links- und rechtshändig einstellen. Bluetooth-Verbindung. Dann können wir hier die Anpassung machen. Von der Helligkeit. Augenschutz. Und das hier ist halt mega cool. Hier kannst du halt den IPD einstellen. Und der ist bei mir auf 59. Ja, und wenn ich hier jetzt drauf drücke, dann bewegt der Motor quasi diese... Ab 58 schafft er nicht. Das ist der Minimalwert hier. Und der Motor bewegt das halt nach vorne. So, jetzt. Ich gucke mal den höchsten Wert. Boah, jetzt sehe ich schon nichts mehr. 72, ja. Also habt ihr gesehen, 58,5 bis 72. Das ist natürlich ein guter Wert. Auf jeden Fall. So, hier muss man nochmal bestätigen, dass man... Dass das an die Nase drücken kann. Also das finde ich jetzt nicht unangenehm. Also ich merke es ganz leicht, dass da irgendwas berührt. Aber gar nicht schlimm. Sehr, sehr cool gemacht. Hier können wir noch Energiesparmodus, Zurücklehnenmodus. Dann können wir uns ins Bett reinlegen. 90 Hertz-Modus oder den Schnelldurchsicht-Modus. Dann tippen wir zweimal da dran. Dann sehen wir den Durchsichts-Modus. So, dann haben wir hier Systemversion. Wir können Apps deinstallieren. Benachrichtigungen von den Apps. Die Controller-Vibrationen. Verschiedene Umgebungen. Wir sind gerade in der. Wir können auch noch zwei andere Umgebungen. Cyberraum und Berghaus. Shortcuts. Die Sprache, Datum, Uhrzeit, Screencasting. Das ist auch ganz cool, was ich jetzt hier gerade mache. Da kann man dann halt immer einstellen, was mit aufgenommen wird und wie es aufgenommen wird. Sehr, sehr cool. Bewegung, Verfolgen. Verfolgungsfrequenz. Spielbereich. Also hier sind schon wirklich einige Sachen drin. Werkseinstellung. Das ist sehr, sehr cool. Und hier hat man halt jetzt das Profil. Hier kann man noch so ein Fitnessprogramm machen. Benachrichtigungscenter. Und hier ist halt Erkunden. Ja, und das ist der Store halt hier. So sieht das aus, was man hier alles machen kann. Alle durchsuchen. Ja, und das sind halt unsere Apps alle, die hier in diesem Store drin sind. Das können wir uns auch direkt mal anschauen. Wir haben hier einige Cave-Diggers. Das ist ziemlich cool. The Rabbit Hole ist ganz interessant. Racket NX. Also es sind schon einige. Warte mal, ich würde das gerne mal nach. Zuletztpreis und Hochhöchststandard. Kann man das gar nicht nach Alphabet sortieren. Also es sind schon sehr, sehr viele drin. Ja. Contractors. Red Matter. Guckt euch das mal an. Eleven Table Tennis. Warcade. Cosmo Dread. Cloudlands. Wahnsinn. Arizona Sunshine. Zombieland. Ragnarok. Also wow, ne. In-Death ist hier. Zero Calibre. Fisherman's Tale. Elven Assassin. Super Multiplayer. Demeo ist drin. Wahnsinn. Against Stride. Space Pirate Trainer. Alter Falter. Das sind schon viele. Also Cities VR sogar. Gorn. Blade & Sorcery. Also Green Hell VR. Also Leute. Ich glaube, so langsam braucht sich das nicht mehr unbedingt vor dem Oculus. Ach, ich sag immer. Vor dem Metastore zu verstecken. Ja, also das wird immer mehr und das sind auch gute Spiele drin. So, dann haben wir hier noch den Dateimanager. Das sind die Aufnahmen, die ich gerade gemacht habe. Also hier alle Dateien. Dann kann man das noch einzeln sortieren. Und auch auf das Netzwerk zugreifen. Hier ist meine Bibliothek. Da kann man halt sehen, was man halt alles hat. Im Moment habe ich noch nicht so viel. Rec Room ist eh kostenlos. Ja, und so sieht das aus. Das ist absolut super. Ja, und reden wir über ein ganz wichtiges Thema. Das Display. Wir haben verbaut in der Pico 4 ein LC-Display mit einer Auflösung von 2160 mal 2160 pro Auge. Was wirklich eine hohe Auflösung ist. Wir können das Ganze zwischen 72 und 90 Hertz einstellen. Je nachdem, wie wir das wollen. Und, ja, also wenn wir über den Screen-Do-Effekt reden, Fliegengitter-Effekt, das ist, du siehst den. Also du musst schon wirklich ganz genau hingucken, damit du den noch siehst. Der ist überhaupt gar nicht mehr störend. Und wenn man sich die Farben anguckt, das ist, klar, das ist natürlich nicht OLED-Style. Das sind nicht ganz so knallig, aber auch überhaupt nicht störend oder schlecht. Genau wie die Schwarzwerte. Die sind auch nicht so tiefschwarz wie bei einem OLED-Display. Aber, ähm, trotzdem, das ist alles noch im absolut grünen Bereich. Also das Display sieht wirklich, wirklich toll aus. Vor allem, wenn man da, ja, so Streaming-Sachen drüber zockt. Wenn man mal Half-Life Alyx oder so spielt. Das sieht mega gut aus dann mit dieser Brille. Also da siehst du doch schon den Unterschied zur Quest 2. Also mit der Pico 4 sieht das um eine Ecke noch mal besser aus als mit der Quest 2. Wegen dem besseren Display und der höheren Auflösung. Weil die Quest 2 hat nämlich eine geringere Auflösung als diese Brille. Soviel zum Thema Display. Reden wir über die Linsen. Ja, das sind natürlich jetzt, ihr seht es ja, wie klein dieses Headset ist. Das sind sogenannte Pancake-Optik-Linsen. Ja, und dadurch wird das Headset wesentlich kleiner und leichter. Und das bedeutet halt auch, die Linsen sind auch sehr klar. Die sind wirklich sehr, sehr klar. Wir haben so gut wie keine Godray-Effekte. Also mir sind die so gut wie nicht aufgefallen. Absolut gar nicht störend. Bei der Valve Index ist das ja zum Beispiel sehr schlimm. Und ja, reden wir mal über das Sichtfeld. Achtung, noch mal der ganz wichtige Hinweis, das ist ultraindividuell. Hängt von eurem Kopfform ab, wie weit eure Augen im Schädel drin sind, wie weit eure Augen auseinander sind. Jeder hat da andere Werte. Also bitte ganz vorsichtig damit, ja. Ich habe gemessen. Und zwar bei mir ist das vertikal 110 Grad und horizontal 96 Grad. Und das ist durchaus eine Ecke besser als bei der Quest 2. Da hatte ich nämlich 108 und 88. Also man merkt schon, das Sichtfeld ist größer als bei der Quest 2. Natürlich noch nicht so groß wie bei der Valve Index und schon gar nicht der Pimax. Aber für so ein Headset, was ja auch viel günstiger ist, ist das völlig in Ordnung. Sweet Spot habe ich auch gar kein Problem gehabt. Also an den Ecken, überall war alles scharf. Da konnte ich mich nicht beschweren. Lichteinfall. Es ist komplette Dunkelheit. Aber auch nur, weil ich dieses labbrige Ding hier dran gemacht habe. Das ist ja in der Packung dabei. Und wenn ihr wirklich komplette Dunkelheit haben wollt, dann macht es rein. Es ist komplett Licht abgeschlossen. Allerdings kannst du noch nicht mal kurz auf den Boden gucken. Ist dann auch wieder ein anderes Problem, ja. Aber insgesamt die Linsen und so. Absolut top von dem Ding. So, und jetzt auch noch eine ganz wichtige Sache. Es gibt ja nicht nur die Apps, die ich euch gezeigt habe im Store, ja. Sondern man kann natürlich auch die Brille an den PC anschließen. Und zwar geht das über Wireless Streaming, schnurlos oder mit USB-C Kabel. Ja, leider, leider muss ich sagen, es gibt nicht mehr die Möglichkeit, wie bei der Pico 3, dass man das mit Displayport machen kann. Das hat durchaus Nachteile, denn es gibt eine sogenannte Kompression, wenn ihr das über USB-Kabel oder schnurlos macht, ja. Und das sieht man doch schon in einigen Szenen stärker. Wenn zum Beispiel im Hintergrund dunkel ist oder so, dann matscht das so leicht, ja. Ja, also es ist halt ein kleiner Nachteil im Gegensatz zur Pico 3, die ja Displayport hat. Aber um Gottes Willen, das ist jammern auf ganz hohem Niveau. Also ich habe das gezockt, ich habe Half-Life Alyx zum Beispiel gezockt oder so. Das sah schon wirklich gut aus und es sieht besser aus als auf der Quest 2, weil du halt eine höhere Auflösung auch hast. Das sieht halt einfach dann besser aus. Ja, ganz klar. Allerdings muss ich dazu sagen, die Software von Pico, dieser Streaming Assistant oder wie der hieß, der funktioniert nicht. Ich habe es nicht hinbekommen, den zum Laufen zu kriegen. Mein Steam hat immer gesagt, Headset nicht gefunden. Ich habe wirklich alles versucht und so. Wann jetzt da eine Antwort kommt von Pico, weiß ich nicht. Vielleicht kommt die die nächsten Tage, dann werde ich mal in der Beschreibung noch reinschreiben, wie man den Fehler löst. Da stand Fehler 108, Headset nicht gefunden, aber habe ich mir ein Ei draufgebacken. Ich habe dann einfach Virtual Desktop benutzt. Das ist eine super Software und damit hat das hervorragend geklappt. Also da gab es gar keine Probleme. Das hat auch richtig gut ausgesehen, flüssig und so. Also ja, das war zu empfehlen auf jeden Fall. Also das Streaming am PC, außer halt diese Kompression, die man hat, diese leichte Artefaktbildung, wenn es in dunklen Szenen. Ansonsten ist das wirklich absolut genial, kann man sich überhaupt nicht beschweren. So Leute, und jetzt zeige ich euch mal den Pass-Through-Modus, wie das aussieht. Und das sieht wirklich geil aus. Guckt mal, das ist alles in Farbe. Wir sehen hier unsere echten Hände. Das Ganze könnt ihr aktivieren, indem ihr zweimal rechts auf die Seite tippt. Das könnt ihr in den Beta-Optionen könnt ihr das einstellen. Ja, und dann seht ihr hier eure echte Umgebung. Das sieht schon wirklich geil aus. Und ihr könnt hier wirklich alles ganz normal benutzen und sogar was trinken, wenn ihr wollt. Oder irgendwelche Sachen gucken. Man kann auch alles sehr, sehr gut lesen. Hier, Quest 2 von Facebook und so. Das ist alles super. Man kann das wirklich gut lesen. Ja, auch detailliert. Und ja, das ist wirklich eine feine Sache. Sehr, sehr geiler Pass-Through-Modus. Der ist tatsächlich um Welten besser als bei der Quest 2. Reden wir über die Akkulaufzeit. Ja, und da ist der Schwachpunkt von diesem Headset. Das gefällt mir nicht so gut. Ja, also ich habe da nicht so lange mit zocken können. Das ist schon drastisch nach unten gegangen. Also Pico verspricht da irgendwie zweieinhalb bis drei Stunden. Das ist eine glatte Lüge. Das stimmt definitiv nicht. Also ich habe das gar nicht geschafft. Also ich war schon froh, wenn ich auf maximal zwei Stunden komme. Also geht eher mal von eineinhalb Stunden oder so aus. Vielleicht sogar nur eine Stunde, je nachdem, was ihr zockt. Das ist halt so ein kleines Problem bei diesem Ding. Warum auch immer das so ist, ich weiß nicht, ob das mit irgendwelchen Updates nochmal ein bisschen verbessert wird. Aber ihr könnt euch Abhilfe schaffen, wenn ihr einfach hier eine Powerbank anschließt. Einfach so ein Kabel hier irgendwie hinten runter gehen lassen. Hier in die Buchse hinten rein, ja. Und dann könnt ihr das während dem Zocken halt auch noch aufladen und dementsprechend länger benutzen. Aber die Akkulaufzeit ist kein Vorteil von diesem Headset. Reden wir mal über die Controller. Also die sehen halt so aus. Man kann hier unten diesen Strap dran machen und hat die halt dann so in der Hand, ja. Die fühlen sich soweit gut an. Ja, wir haben zwei AA Batterien hier drin, was die relativ schwer macht. Also die wiegen schon ein bisschen was. Was mir aber jetzt persönlich nicht so negativ aufgefallen ist. Was ein bisschen merkwürdig ist, wenn man das Headset auf hat und hat jetzt nicht gerade den Pass-Through-Modus drin, die vom Boden aufzunehmen, weil die liegen dann irgendwie so komisch und dann ist es ein bisschen schwierig, die aufzunehmen. Im Gegensatz zu den Quest-2-Controllern, ja. Die liegen dann halt so und die kannst du dann halt ein bisschen besser aufnehmen. Das ist ein ganz kleiner Unterschied, macht aber nichts. Also alles in allem, das hier ist halt der Quest-2-Controller und das ist der Pico-4-Controller. Also die tun sich dann nichts, ne. Gleiche Geräusche. Also ich finde jetzt nicht, dass die irgendwie minderwertiger sich anfühlen oder so. Vielleicht so... Nee, nee, ist Quatsch. Also die sind genau gleich, also fühlen sich gut an. Kannst du auch alles mitmachen vom Gewicht her. Fühlen die sich auch gleich an letztendlich. Und ja, die Controller, also kein Problem. Da kannst du auch Shooter mitzocken. Du kannst alles damit zocken, ohne dass das irgendwie in die Quere kommt, dieser Bügel hier. Absolut in Ordnung, die Controller. So Leute, und jetzt machen wir mal unseren berüchtigten Tracking-Test hier. Ja, wir haben unsere zwei Controller hier. Die habe ich hier vor mir. Das sieht so schon ganz gut aus. An den Seiten, guck mal hier an den Seiten. Ja, jetzt mache ich es mal. Ja, seht ihr, hinten hört es dann schon auf. Also hier in dem Bereich ist dann natürlich Schicht im Schacht, weil die Kameras nicht mehr so weit nach hinten gucken können. Ist aber nicht schlimm. Um kurz was von hinten zu nehmen, reicht das allemal, ja. So, jetzt machen wir mal hier unten. Hier unten ist es gar kein Problem. Ja, seht ihr hier. Alles gut. Hier oben auch. Gar kein Problem. Jetzt halte ich das mal sehr nah vorne dran. Da geht es weg. Da haut es ein bisschen ab, wenn du es ganz nah dran hältst. Aber das macht man ganz selten. Also so kann man... Baller, baller. Ja, hier spinnt es dann ein bisschen rum, wenn man ganz nah dran hält. Aber so, sage ich jetzt mal hier so 10 Zentimeter oder wie viele das auch sind, da geht das ohne Probleme. Jetzt halte ich die mal voreinander. Das sieht auch gut aus. Ui, super. Krass. Hammer. Guck mal, das ist ganz ruhig. Boah. Boah. Es ist gut, das Tracking. Also da kannst du nicht meckern. Klar, hinten geht es dann weg. Das ist ja normal, weil hinten halt keine Kameras sind. Da ist das Lighthouse-Tracking nach wie vor ein Vorteil. Aber jetzt so vom Tracking. Hammer. Also kannst du gar nicht meckern. Thema Hitzeentwicklung. Das ist immer bei manchen Brillen ein größeres Problem. Also manche, wenn hier wirklich heiß, zum Beispiel die Valve Index, die macht da ein bisschen Probleme. Aber bei der hier habe ich gar kein Problem damit gehabt. Ja, also die hat ja hier diese zwei Lüftungsschächte quasi hier und hier unten. Ja, und dadurch beschlägt das auch eigentlich nie. Also ich hatte auch bei, wenn wir jetzt mal so Boxspiele oder so, da hast du dann halt auch, wenn du mal eine halbe Stunde da drauf geprügelt hast, da bleibt das auch so. Ja, also das ist gar kein Thema. Aber auch den Lüfter, also da musst du dich schon hart konzentrieren, um den zu hören, ja. Den hörst du also gar kein Problem. Das macht überhaupt keine Probleme mit der Hitzeentwicklung. Also alles im grünen Bereich. So, und dann machen wir wieder den berüchtigten Brillentest. Dafür nehme ich natürlich den Brilleneinsatz, der dabei ist. Da macht ihr einfach das Cover ab. Zack. Und den anderen drauf. Zack. Wow, ist das einfach. Heh, gefällt mir. So, und dann einfach hier so rein und zu und ab geht's. Gar kein Problem. Sogar auf den kleinsten IPD-Einstellungen. Äh, mit der großen Brille, die ich ja jetzt hab, könnt ihr also ohne Probleme hier spielen. Dann nach vorne. Und ihr habt die Brille immer noch auf. Heh, geil, oder? Also, gar kein Problem für Brillenträger, solange ihr das Ding da dran habt. Super. Reden wir über Anschlüsse. Da ist es tatsächlich ein bisschen mau, muss ich sagen. Weil, äh, vor allem hat es keinen Klinkensteckeranschluss. Hier ist nix, ja. Ja, kein Klinkensteckeranschluss. Ihr habt nur den USB-C Steckplatz. Das ist das Einzige, was ihr habt. Da gibt's allerdings Adapter für, äh, so USB-C auf Klinkenstecker. Dann könnt ihr theoretisch auch so ein Headset, äh, anschließen. So einen Adapter findet ihr zum Beispiel auf Amazon. Ich tu mal den Link in die Beschreibung. Dann könnt ihr sowas nehmen. Dann könnt ihr zum Beispiel hier an die Seite irgendwie festmachen mit Klebeband oder irgendwas. Na, und dann habt ihr quasi über den USB-C Slot einen Audioanschluss. Und könnt es trotzdem noch aufladen. Das hat nämlich dann einen Klinkenstecker und einen USB-C Ausgang dann trotzdem noch. Ja, und ansonsten könnt ihr natürlich über Bluetooth euer Headset verbinden. Das geht natürlich auch. Aber ansonsten keinerlei Anschlüsse. Also auch nicht hier unter dem Cover oder so. Sonst nix. Reden wir über Sound und Mikrofon. So, also der Sound, der kommt hier aus diesen, aus diesen Schlitzen hier. Ja, da kommt er raus. Und, äh, wie ihr euch sicherlich schon vorstellen könnt, ist das natürlich jetzt nicht der druckvollste Sound. Das hat aber auch, glaube ich, niemand erwartet. Das ist halt, ja, einfach um, 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 um das zu hören, was passiert. Nix wahnsinnig Aufregendes. Da muss man natürlich sagen, das, das sieht jeder anders. Also für mich reicht das vollkommen aus. Ich bin gar kein Sound-Enthusiast oder so. Mir ist das relativ wurscht. Ähm, und deswegen ist das für mich absolut in Ordnung. Das reicht, um alles zu zocken, was ihr wollt. Ja, nur wenn ihr halt wirklich kristallklar einen druckvollen Sound habt, dann ist das natürlich für die Katz, ist ganz klar. Dann müsst ihr halt irgendwie über den USB-C oder über Bluetooth gehen oder so, ja. Dann haben wir hier unten, äh, zwei Mikrofone. Ja, und da habe ich mal einen Soundtest gemacht. Den hören wir uns jetzt mal kurz an. Jetzt machen wir mal einen Mikrofontest. 3, 2, 1, 1, 2, 3, Test, 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 Test. Und ein paar Pop, 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 Pop Geräusche. Und wir schreien mal ganz laut. Ja, und, äh, ich glaube, wir sind uns einig, das hört sich nicht ganz so geil an, ja. Das ist jetzt nicht die Meisterleistung, aber auch nicht so schlecht wie von HTC. Ja, also da muss ich sagen, die Quest 2 hat besseres Mikrofon. Äh, aber, ja, man kann Multiplayer damit zocken oder so, das ist alles kein Problem. Aber zum Beispiel jetzt für YouTube damit aufnehmen würde ich nicht. Ne, zum Beispiel bei der Valve Index ist das Mikrofon so geil, dann nehme ich das sogar für YouTube dann, ja. Aber da, das ist jetzt halt nicht so der Oberbrüller. Thema Reinigung, äh, etwas, was viele eigentlich, äh, nie beachten. Aber das muss man ja auch mal sauber machen, das Ding, ne. Also, wie gesagt, hier vorne ist natürlich ganz schwierig, man muss das laufend polieren. Ähm, hier hinten ist kein Problem, das wichst du einfach ab, ja. Aber hier wird es dann schwierig. Erstmal ist das hier natürlich aus Stoff, das heißt, wenn sich das mit Schweiß vollsaugt, ist es schwierig. Man kann das auch nicht irgendwie abnehmen und dann waschen oder so, das würde ich nicht tun. Und hier irgendwie den Kram rauszufrieden, das wird auch ganz schwierig, weil hier halt wirklich überall so, ja, Löcher und, und, und Furchen und all so ein Zeug ist. Also, das, zum Reinigen, glaube ich, ist das gar nicht so gut gedacht, ja. Aber, gut, das ist halt ein Nachteil, der ist jetzt nicht so gravierend, ja. Aber, muss, ich, ich will es euch halt einfach nur sagen. Ja, reden wir über eine gar nicht so unwichtige Sache, den Preis und die Verfügbarkeit. Also, in Europa ist es so, da ist die Brille eigentlich ziemlich überall verfügbar. In Deutschland kann man sie zum Beispiel über Amazon kaufen, aber auch zum Beispiel Mediamarkt oder Saturn oder Bestware. Ja, da gibt es zwei Versionen von, einmal die 128 GB Version, die kostet 429 Euro und die 256 GB Version kostet 499 Euro. Ja, alle Links sind in der Beschreibung. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr über meine Dings geht, dann habe ich auch noch ein bisschen was davon und ihr zahlt keinen Cent extra. Wäre echt cool. Und, ja, wenn man das mit der Quest 2 vergleicht, die ist ja durchaus ein bisschen teurer, ja. Also, da kostet die 128er, kostet die ja 449 Euro, also 20 Euro mehr. Und, äh, die 256 GB Version, die kostet sogar 50 Euro mehr bei der Quest 2. Also, unglaublich. Also, da kann man wirklich überhaupt nicht meckern. So, und dann kommen wir mal zum abschließenden Fazit von der Pico 4. Gehen wir mal die Pro- und Kontra-Argumente kurz durch. Auf der Pro-Seite definitiv der Komfort, das Ding ist super komfortabel. Dann das Gewicht, das ist sehr, sehr leicht durch diese neue Pancake-Optik. Das Setup ist auch super, der ganze Store, alles was mit der Software zu tun hat, sieht gut aus und lässt sich gut bedienen. Das Display ist super, ja, da kannst du auch gar nicht meckern, so wie die Linsen, die ja dazugehören quasi. Und, äh, das Auto-IPD ist super, ja, dass du halt wirklich mit dem Motor das so einstellen kannst. Absolut klasse. Auf der Kontra-Seite definitiv die Akkulaufzeit, die könnte auf jeden Fall länger sein. Dann, es mangelt an Anschlüssen, es gibt kein Audio-Port und kein Display-Port, was es mit der Pico 3, ja, gab. Also, da gab es zumindest Display-Port. Ähm, dann das Mikrofon hat mir nicht so gut gefallen. Wobei, dann über Virtual Desktop hat sich dann wieder ein bisschen besser angehört. Also, es schwankt so ein bisschen. Ich, ich habe es trotzdem mal auf die Kontra-Seite genommen, wobei das jetzt nicht so stark wiegt, ja. Dann der Store, den habe ich jetzt trotzdem noch auf Kontra genommen, weil es ist tatsächlich noch der, der Meta-Store von, also der Facebook-Meta-Store ist doch noch voller, ja. Also, da gibt es schon noch wesentlich mehr Spiele, aber Pico ist da auf einem guten Weg. Es wird immer besser. Trotzdem, hier hat, äh, Meta noch die Nase vorne bei dem Store mit den Apps. Und ich hatte einige Bugs tatsächlich. Also, das zum Beispiel mit SteamVR, dass der gesagt hat, das Headset ist nicht verbunden. Und manchmal hatte ich irgendwie so, äh, da waren noch so chinesische, äh, äh, Schriften irgendwo. Zum Beispiel, wenn ich die Tastatur auf Deutsch stelle im Headset, dann ist zum Beispiel auf der Shift-Taste irgendwie noch so chinesische Zeichen. Und dann macht der nicht Shift, sondern irgendwie ein Komma oder so. So, und auch wenn man manchmal auf Hilfe drückt, dann geht so eine chinesische Seite auf, wo ich dann völlig ratlos natürlich davor sitze. Also, das sind so ein paar kleine Bugs noch, aber letztendlich ist das, äh, ja, das kann man ja fixen. So, also insgesamt, Entschuldigung, ist das ein sehr, sehr gutes Headset. Vor allem für Einsteiger, ja, ihr kriegt für 429 beziehungsweise 499 Euro ein super tolles Headset, was alles kann, ja, und was ich tatsächlich, um das mal abschließend zu beurteilen, der Quest 2 vorziehen würde. Weil die Pico 4 einfach in, in vielen Belangen besser ist, vor allem in der Auflösung und im Komfort, ja, das, das ist schon wirklich, das sieht schon wirklich alles besser aus und die ganze Brille fühlt sich auch besser an. Also, wenn ich, und die, und die Quest 2 ist ja sogar noch teurer ein bisschen, ne. Also, ich sehe im Moment, außer vielleicht der Store, also wenn ihr wirklich so Beatsaber oder so Sachen, die es halt im Pico Store nicht gibt, wenn ihr die unbedingt zocken wollt, dann würde ich sagen, okay, dann ist das noch ein Argument für die Quest 2. Aber in meinen Augen, alles andere ist tatsächlich bei der Pico 4 besser. Und deswegen, ja, das ist für mich das neue Lieblings-Einsteiger-Headset. Ich habe ja drei Headsets, die ich immer empfehle, ein Einsteiger, ein mittleres und ein extrem High-End-Headset. Also, jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Mein neues Einsteiger-Headset ist tatsächlich die Pico 4, dann mein Mittelklasse-Headset oder, sagen wir mal so, das ist die Valve Index und mein absolut liebstes High-End-Headset ist die Pimax 8KX. So sieht es aus. Also, ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr Fragen habt in der Beschreibung. Falls sich irgendwas noch ändert oder irgendwas, ich merke, dass ich irgendwas Falsches gesagt habe, bitte in die Beschreibung gucken. Dann habe ich da noch ein paar Infos vielleicht. Und natürlich, wenn ihr das kaufen wollt, unter der Beschreibung und dem ersten Kommentar angepinnt, findet ihr den Link zu diesem Headset. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.